Erst einmal wieder in der Halle hier, wieder ankommen und einfach das spüren, was im gegenwärtigen Moment ist. Wir müssen keine Worte dafür verwenden, um das zu beschreiben, um das zu benennen, um das zu erklären, versuchen einfach einmal nur zu sein. Ohne irgendetwas unternehmen zu müssen, ohne irgendetwas korrigieren zu müssen, ohne überhaupt etwas tun zu müssen, einfach einmal sein. Und dieses Sein bewusst mitbekommen. Bewusstsein bedeutet nicht eine Geschichte erzählen, bedeutet nicht etwas zu bewerten oder zu beurteilen. Sich selbst einmal die Erlaubnis geben, auf diese Art zu sein. Auch ohne irgendetwas beweisen zu müssen oder vorweisen zu müssen. Auch ohne irgendetwas erreichen zu müssen, irgendwo hin zu müssen. Aber auch ohne irgendwo weg zu müssen, irgendetwas hinter sich bringen zu müssen, irgendetwas abarbeiten zu müssen, erledigen zu müssen. Nichts von alledem. Einfach sein. Einfach sein. Und spüren, wie dadurch viel Raum entsteht und wird, wie es ganz entspannt wird, wie es ganz entspannt wird, wie vielleicht sogar sein. Und sich selbst noch einmal die Erlaubnis geben, dass das vollkommen in Ordnung ist, dass wir das dürfen einfach sein. die Weite spüren, das eingebettet sein. die Einheit erleben, mit allem sein. das Auflösen von Separierung, das Auflösen von abgetrennt sein, einsam sein. Eine Schöpfung, ein Leben, ein Sein. Wir sind Teil davon. Alle gleiche Sekunden. Das ist ein Hussein. Fern sensitive. Vielen Dank. Und eingebettet in diese Weite, diese Geborgenheit und Sicherheit, können wir den Atem bewusst erleben. Als Ausdruck des Seins. Als Zugang zum Sein. Auch beim Atem sich selbst einmal erlauben. Nicht eingreifen zu müssen. Nicht zu erreichen zu müssen. Nirgendwo hinzumüssen. Einfach erleben, so wie es ist. Nichts dazutun. Nichts wegtun. Einfach Sein. Einfach Atmen. Einfach Atmen. Einfach Atmen. Einfach Atmen. Vielen Dank.